Hallo und herzlich willkommen zum Juristinnen-Machen-Karriere-Podcast mit mir, Dr. Anja Schäfer, und hier zur Folge 189. In dieser Folge geht es um das in meinen Augen wichtige Thema, wie Du als Juristin Deine als Expertin im Netzwerk sichtbar werden, sein und bleiben Strategie kontinuierlich im Arbeitsalltag umsetzt. Denn ich erlebe es immer wieder, dass Kolleginnen mit der Frage auf mich zukommen, wie gelingt es mir denn, meine Expertise sichtbar zu machen, wie baue ich über meine Positionierung, über mein Personal Branding mein Netzwerk auf und wie kann ich vor allen Dingen von meinem Netzwerk profitieren. Und aus Anwältinnen Perspektive ist dies ja häufig dann Networking und Akquise. Und deswegen werde ich in der folgenden Folge, also in der kommenden Folge 190, über das wichtige Thema erst Networking, dann Akquise sprechen. Doch heute geht es darum, was Du tun kannst und wie Du das vor allen Dingen für Dich strategisch angehen kannst, Deine Sichtbarkeit als Expertin im Netzwerk kontinuierlich im Arbeitsalltag anzugehen. Denn, das ist klar, wenn Du Deine Expertise sichtbar machen willst, wenn Du in Deinem Netzwerk als Expertin bekannt und anerkannt sein willst, also Dir Dein guter Ruf sozusagen vorauseilen soll, dann kostet das drei Dinge. Ich erlebe es immer wieder, dass für viele Juristinnen das Thema wichtig ist, aber eben noch nicht oder noch nicht dringend genug, mit der Folge, dass diesem Thema Personal Branding, Selbstmarketing und oder Networking eben noch nicht die notwendige Zeit, Energie und auch die ein oder andere Investition gegeben wird. Was vielen nicht bewusst ist oder noch nicht ausreichend bewusst ist, Personal Branding, die Sichtbarkeit und das Networking, das sind strategische Aufgaben, die Du zum einen nicht nach hinten schieben solltest, also das sind elementare Aufgaben für Deine berufliche Weiterentwicklung, für Deinen nächsten Karriere-Schritt, für Deine persönlichen Ziele und diese sind nach meiner Erfahrung und das habe ich leider am eigenen Leib erleben müssen, das sind keinesfalls Dinge, die wir auf irgendwann vertragen können und das Zweite, die wir in den allermeisten Fällen nicht delegieren können. Also das Thema Networking kann ich jetzt nicht auslagern und kann sagen, okay, das macht mein Team beispielsweise für mich oder aus Angestelltenperspektive, das macht der Arbeitgeber für mich, das macht der Arbeitgeber für sich, aber in der Regel nicht für Dich. Auch wenn Du das jetzt nicht gerne hörst, der große und der wirkliche Durchbruch dahingehend, dass Deine Sichtbarkeit und Bekanntheit im Netzwerk zu Deinem Erfolgsmotor wird, in dem beispielsweise wichtige Meinungsbilderinnen auf Dich aufmerksam werden, die richtigen Mandantinnen auf Dich zukommen und über Multiplikatorinnen und Kooperationspartnerinnen Deine Expertise als Anwältin, Deine Botschaft, Deine Themen, Deine Rechtsgebiete, Deine fachlichen wie persönlichen Kompetenzen weitergetragen werden, das ist ja die bekannte Außenwirkung oder der Ruf, der Dir vorauseilt, Das passiert leider nicht über Nacht, Punkt eins, und es ist in der Regel selten so planbar. Es ist zwar möglich, das Ganze strategisch anzugehen und Umsetzungspläne für sich zu machen, aber das ist meine persönliche Erfahrung, die lassen sich dann in der Regel nicht eins zu eins dann tatsächlich realisieren. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wie muss denn so eine Sichtbarkeitsstrategie funktionieren, damit mir nicht die Puste ausgeht? Denn die Zeit, die ich jetzt in mein Personal Branding investiere als Anwältin, die ich dafür nutze, um meine Expertise sichtbar zu machen im unmittelbaren Arbeitsumfeld, wie auch darüber hinaus, indem ich Vorträge halte, indem ich publiziere, indem ich Seminare gebe, indem ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe. Also all das, was ich in Personal Branding, in Selbstmarketing und ins Networking investiere, an Zeit, an Energie und wenn man jetzt das Ganze aus der eigenen Tasche bezahlen darf, dann auch an Geld, das kann ich ja unmöglich an anderer Stelle einsetzen. Also die Zeit, die ich auf Netzwerkveranstaltungen verbringe, in der kann ich nicht gleichzeitig Mandate bearbeiten. Die Zeit, wo ich meine Expertise zeige, beispielsweise indem ich in einer Publikation sitze, in der Zeit kann ich eben auch kein Mandat bearbeiten beispielsweise. Oder wenn ich jetzt im Unternehmenskontext bin, kann ich in der Zeit eben nicht die alltäglichen Aufgaben erledigen, sodass ich häufig die Rückmeldung bekomme, ja, ich würde mich ja gerne mit diesen Themen auseinandersetzen, aber ich habe noch dieses oder jenes Dringende zu tun. Deshalb bist du in dieser Folge richtig, wenn du von mir eine Antwort auf folgende Fragen wünschst. Zum einen, wie lange dauert es in etwa, bis messbare Erfolge und damit eben die ersten Früchte zu erwarten und zu ernten sind? Wie gelingt es, zweite Frage, ins Tun zu kommen und dran zu bleiben? Und das Dritte, an was sollte ich denken, wenn ich mein Zeit- oder Investitionsbudget festsetze und schließlich auch noch, ja, wie setze ich dieses Zeit- und Investitionsbudget richtig und, ja, wie bleibe ich vom Prinzip her dauerhaft motiviert und dann entsprechend dran? Und wenn das Fragen sind, die dich umtreiben und dass diese Fragen viele umtreiben, erlebe ich immer wieder in meinen Strategiegesprächen mit Kolleginnen, die für sich verstanden haben, dass das Thema wichtig ist und in denen ich es immer als meine Aufgabe ansehe, deutlich zu machen, dass die Themen Personal Branding, Selbstmarketing und Networking eben nicht nur wichtig, sondern auch dringend sind. Wenn also diese Fragen dich umtreiben, dann bist du hier heute richtig, denn ich werde dir diese Fragen in dieser Folge beantworten und darüber hinaus noch den ein oder anderen Erfolgstipp mitgeben. Lass dich also inspirieren, motivieren, informieren, hol dir mit dem Juristinnen-Machen-Karriere-Podcast sofort umsetzbare Erfolgstipps, die dich als Juristin weiterbringen sowie deine Ziele angehen und erreichen lassen. Am besten leicht, schnell und gemeinsam mit Anna. Dir jetzt gleich viel Spaß beim Hören dieser Folge. Doch zuvor, wie in jeder Podcast-Folge, eine persönliche Einladung an dich zu den letzten Karriere-Power-Workshops in diesem Jahr. Diese finden vom 7. bis 9. November statt. Wenn du erfahren willst, welche drei Hürden die meisten Juristinnen davon abhalten, ihren nächsten Karriere-Schritt tatsächlich anzugehen und auch zu erreichen. Wenn du wissen willst, was du dir von erfolgreichen Juristinnen abschauen und ab sofort anders machen kannst und solltest, um beruflich weiterzukommen. Und wenn du darüber hinaus eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung haben willst, mit der du deine Expertise sichtbar und deine Karriereziele angehen kannst, dann sei unbedingt mit dabei bei den drei Live-Trainings am 7., 8. und 9. November jeweils von 8 bis 9 Uhr. Melde dich direkt an unter www.anja-schäfer.eu slash Karriere. Dort findest du auch alle Infos. Und den Anmelde-Link findest du natürlich auch an den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 189. Ich freue mich, wenn du dieses für Juristinnen exklusive Angebot mit deinen Business-Freundinnen und Kolleginnen teilst. Ich bin Dr. Anja Schäfer, Karriere-Mentorin und Business-Coach für Juristinnen. In nur wenigen Jahren bin ich als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien offline wie online sichtbar und bekannt geworden. Zudem habe ich mir in relativ kurzer Zeit ein großes, gutes und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten, an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut, welches meine Expertise und meine Mission, nämlich Juristinnen machen Karriere, Ausrufezeichen, weiterträgt. Davor war ich acht Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Karriere-Herausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst du von meinen Strategien, Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblicke in mein alltägliches Tun in puncto Sichtbarkeit als Expertin und damit in strategisches Personal Branding, proaktives Selbstmarketing und zielfokussiertes Networking. Du erfährst, wie du deine eigenen Vorhaben in den Fokus nimmst, als Expertin und Persönlichkeit offline und online sichtbar wirst, sowie dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Personen in Kontakt kommen, sowie dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Karriere und oder Business-Ziele erreichen. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt viel Spaß beim Hören, let's network und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Eine Frage, die mir regelmäßig immer wieder gestellt wird, ist, warum soll ich mein Personal Branding, Selbstmarketing und Networking und damit mein, in Gänsefüßchen, als Expertin sichtbar bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben strategisch angehen? Eine Antwort auf diese Frage, und zwar dahingehend, wie du das tust, gebe ich dir gleich im Verlauf zu dieser Podcast-Folge. Doch wenn du dich fragst, wie du das machst, verweise ich dich auf die Folge 186, in der ich dir zeige, wie du Schritt für Schritt dein nächstes Karriereziel erreichst. Zum anderen verweise ich dich auf die Karriere-Power-Workshops, wo ich dir das auch zeige. Melde dich dafür an unter www.anja-schäfer.eu slash Karriere. Und darüber hinaus habe ich diesen Schritt für Schritt Erfolgsfahrplan in einem kleinen Workbook für dich zusammengefasst, welches du dir unter www.anja-schäfer.eu slash Fahrplan kostenfrei runterladen kannst. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Bevor ich gleich dir Tipps mitgeben will und deine Fragen beantworten will, nämlich wie machst du das mit der Umsetzung der Strategie, will ich zu Beginn noch drei typische Fehler von Juristinnen, Fehler von mir, Fehler von meinen Kundinnen mit dir teilen, nämlich im Punkto, wie gehe ich meine Sichtbarkeitsstrategie an, wie komme ich ins Tun, wie bleibe ich im Tun, wie bleibe ich kontinuierlich dran. Das sind alles Dinge, die ich gleich ein bisschen ausführlicher erläutern werde, doch zu vor drei typische Fehler und die hast du sicher auch alle schon gemacht, nämlich Perfektionismus, Aktionismus und Prokrastination. Das sind jedenfalls die drei Fehler, die mir am häufigsten im Arbeitsalltag, schon früher als Anwältin, aber auch jetzt als Karrierementorin für Juristinnen begegnet sind. Und was meine ich damit? Zum einen Perfektionismus und das ist sicher ein Thema, was auch du ganz besonders gut kennst, wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst. Das heißt, du sagst, ich muss erst noch das und dann noch das und dann noch das für mich angehen, erledigen, tun. Ich brauche noch die Fortbildung, ich brauche noch ein paar Jahre mehr an Erfahrung, ich brauche noch die Publikation, jenen Auftritt, bevor ich mich als Expertin positionieren, als Expertin sichtbar machen kann und eben als Expertin netzwerken kann. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das brauchst du alles nicht. Der Expertinnenstatus ist ja ein Prozess und es ist ganz wichtig, dass du nicht oben an der Spitze erst mit Positionierung, Sichtbarkeit und Networking anfängst, sondern dass du auf dem Weg dahin schon dich positionierst, sichtbar wirst und netzwerkst. Und damit meine ich ganz klar, perfekt ist too late. Den zweiten Punkt, den ich oder den zweiten Fehler, den ich mit dir hier teilen will, ist der Aktionismus. Also du machst ganz viel, nach der Devise viel hilft viel. Du hast nicht wirklich eine Strategie, sondern du bist ständig im Tun. Was kann das sein? Ich bin da selbst mein bestes Beispiel, indem ich am Anfang gedacht habe, okay, ich muss also täglich auf LinkedIn einen Beitrag teilen. Ich war also ständig am LinkedIn-Beitrag verfassen. Ich war ständig am Tun und hatte meine Strategie in der Hinsicht nicht bis zu Ende gedacht. Denn Strategie bedeutet nicht nur, jeden Tag einen Beitrag zu teilen, sondern auch den eigenen Beiträgen eine gewisse Reichweite und ein gewisses Wachstum zu ermöglichen. Und das ist ja auch ein Thema von Sichtbarkeit. Oder ein anderes Thema kann sein, dass du jede Vortragsanfrage annimmst, dass du unterwegs bist nach der Devise Everybody's Darling und damit aber niemanden direkt ansprechen wirst. Und der dritte Punkt ist das Thema Prokrastination oder die dritte Erfolgsbremse, der dritte Fehler. Das heißt, du schiebst Dinge einfach vor dir her. Du schiebst Dinge weit weg. Du siehst die Themen Personal Branding, Selbstmarketing und Networking für dich nicht als wichtig, relevant und dringend an, sondern du verharrst in dem Stadium, in dem Zustand, in dem du jetzt bist und wirst nicht wirklich vorankommen. Also du wirst deine persönlichen Karriereziele, deine beruflichen Ambitionen nicht erreichen, wenn du auf Perfektion setzt, wenn du in Aktionismus verfällst und wenn du prokrastinierst. Es ist vielmehr elementar wichtig, ins Tun zu kommen. Das Thema Sichtbarkeit für sich anzugehen, es als ein wichtiges, relevantes Thema für die eigene Karriere, für die berufliche Weiterentwicklung, fürs persönliche Vorankommen zu sehen und in eine Regelmäßigkeit zu kommen, in ein kontinuierliches Tun. Und das ist ganz wichtig, weil ich immer gefragt werde, ja, wie lange dauert denn das jetzt, bis ich davon profitiere, bis ich also von meiner Positionierung wirklich etwas habe, bis also sich das Ganze auszahlt? Und bekomme ich da schnelle Ergebnisse oder ist es eher ein langsamer, fortlaufender Prozess? Und da würde ich sagen, es ist beides. Du wirst sicher in bestimmten Bereichen auch schnelle Ergebnisse bekommen, aber ansonsten ist Personal Branding, ist Selbstmarketing und ist Networking ein Marathon, kein Sprint. Und was so meine Erfahrung ist, ist, dass es also so ein bis anderthalb Jahre dauert, bis du merkbare Erfolge erwarten kannst und je stringenter du dran bleibst, je länger der Zeitraum ist, in dem du dran bist, umso reicher wird deine Ernte sein. Was du in puncto Networking erwarten kannst, also wie du jetzt auf deine Berufsjahre Netzwerken und den Auf- und Ausbau deines Netzwerks für dich strategisch angehen kannst, was möglich ist, was du tun solltest, darüber habe ich in der Folge 175 vom Podcast gesprochen, die vier Erfolgsstufen deiner Netzwerkarbeit in Berufsjahren. Wenn das also ein Thema ist, wo du gerne mehr wissen willst, dann hör dir diese Folge sehr gern an. Punkt zwei heute ist, wie gelingt es mir ins Tun kommen und wie gelingt es mir dran zu bleiben? Und da kann ich einen Tipp mitgeben, der mir auch gesagt wurde, wie ich damals angefangen habe, mich beruflich zu verändern, von der Rechtsanwältin zur Karriere-Mentorin. Und ich bin ja nicht gleich von der Rechtsanwältin zur Karriere-Mentorin geworden, sondern ich habe ja ganz, ganz viele Zwischenschritte dazwischen noch gemacht. Einen wichtigen Satz, den ich dir mitgeben will, ist, dass du dein als Expertin sichtbar und bekannt und anerkannt Projekt so behandelst, wie du auch als gut beschäftigte Anwältin agieren würdest. Variante 1, du machst Überstunden. Also es ist gerade super viel zu tun. Das heißt, du dehnst sozusagen dein Engagement, deine Arbeitszeit aus und legst da noch ein paar Stunden obendrauf. Und das ist natürlich in puncto Sichtbarkeit genauso. Wenn du also als Anwältin gut ausgelastet bist mit der klassischen Arbeit einer Rechtsanwältin und jetzt das Thema Sichtbarkeit noch obendrauf kommt, also Sichtbarkeit, Bekanntheit, Reichweite, ist es wie gesagt eine Möglichkeit, dass du einfach mehr arbeitest, dass du Überstunden machst. Die zweite Variante, die du angehen kannst, ist, du priorisierst. Das heißt, du fragst dich, was ist jetzt im Arbeitsumfeld, in der Anwaltstätigkeit das, was jetzt wichtig und dringend ist und was ist in puncto Sichtbarkeit, Bekanntheit und Reichweite wichtig und dringend. Und da wirst du feststellen, dass bestimmte Dinge mitunter, wenn besonders viel zu tun ist, auch mal bleiben können. Aber wenn du dir vorgenommen hast, einmal in der Woche einen Beitrag zu teilen, dann ist dieses eine Mal für dich eben wichtig und dringend oder so aus meiner Perspektive gesprochen. Ich mache ja diesen Podcast alle zwei Wochen. Das heißt, der Podcast ist jetzt nicht jeden Tag wichtig und dringend, aber innerhalb von zwei Wochen ist er dann eben mal wichtig und dringend. Und der Podcast ist ja für mich ein ganz klarer Marketingkanal für Sichtbarkeit, Bekanntheit und Reichweite. Und die dritte Variante, die du hast, ist, dass du dir zusätzlichen Support suchst. Also du suchst dir jemanden, der dich dabei unterstützt, als Expertin sichtbar bekannt und anerkannt zu werden. Das kann beispielsweise jemand aus deinem Team sein, der dich dabei unterstützt. Das kann eine Praktikantin sein beispielsweise. Das kann auch, wenn du jetzt noch Backoffice hast, da jemand sein. Und wenn du jetzt so unterwegs bist wie ich, dann kannst du dir auch für bestimmte Projekte oder für bestimmte wiederkehrende Aufgaben da einen zusätzlichen Support einkaufen. Ich habe ja die Sabrina, die Sabrina Edge in meinem Team und die mich eben in puncto LinkedIn unterstützt. Ich schreibe meine Beiträge selber, aber die unterstützt mich eben dann dabei, die Beiträge einzustellen und zu veröffentlichen. Das kann beispielsweise eine Strategie sein, ein Weg sein. Was ich dir mitgeben will, es lohnt sich auf jeden Fall am Ball zu bleiben, Zeit, Energie und mitunter auch den ein oder anderen Euro zu investieren. Und das ganz besonders in den Zeiten, in denen du Personal Branding, Selbstmarketing und Networking gerade nicht so intensiv brauchst oder nicht so sehr brauchst, weil du viel zu tun hast oder es ganz besonders brauchen würdest, aber nicht weißt, wo du anfangen solltest. Zum Beispiel bei Jobwechsel, bei Gründung oder wenn du dich fragst, ob du dir die ein oder andere zeitliche wie monetäre Investition leisten kannst bzw. leisten willst. Ein Gedanke zu diesem Punkt 2 noch. Deine Networking-Sichtbarkeitsstrategie lässt sich nicht eins zu eins in Ergebnisse, Gewinn oder entsprechende Erfolge umrechnen. Es lohnt sich aber dran zu bleiben, schon alleine des Wertes wegen, und das ist am Anfang vor allen Dingen ein ideeller Wert, bevor es tatsächlich ein monetärer Wert wird, nämlich bezüglich des Wertes wegen, den du durch deine Positionierung als Expertin, dein Personal Branding, dein Selbstmarketing und dein Networking für dich und darüber hinaus für dich in deinem Netzwerk wie auch für dein Netzwerk schaffst. Top 3 heute ist die Frage, wie setze ich jetzt mein Zeit- bzw. Investitionsbudget richtig fest? Und meine Erfahrung ist, dass die kontinuierlich Sichtbarkeit leichter gelingt, wenn du dir vorab einige Gedanken zu deinem Zeit- bzw. Investitionsbudget machst. Hier habe ich drei Tipps für dich. Zum einen, Tipp 1, plane realistisch und langfristig, um Stress zu vermeiden und Enttäuschungen vorzubeugen. Was meine ich damit? Plane realistisch, also frage dich, welchen Aufwand kannst du langfristig durchhalten? Das kann sein, dass du sagst, okay, ich möchte gerne meinem Netzwerk wertige Beiträge mitgeben, also wertvollen Content, wie es so schön heißt. Von daher ist dann die Strategie lieber weniger als zu viel und das Ganze auch langfristig zu betrachten. Also was schaffst du tatsächlich dauerhaft umzusetzen? Und bei mir war es beispielsweise beim Podcast so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das Ganze mindestens alle zwei Wochen mitunter auch jede Woche. Und ich habe gestattet mit meinem Podcast beispielsweise. Am Anfang habe ich wöchentlich eine Podcast-Folge gemacht. Dann habe ich durch Erkrankung bedingt, bin ich runtergegangen auf das, was ich zugesagt hatte, nämlich alle zwei Wochen. Und ich habe aber zwischendurch immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich ein Event ganz besonders promoten wollte. Und in dieser Zeit habe ich auch mal jede Woche eine Podcast-Folge geteilt. Also es ist ganz wichtig, dass deine Strategie in puncto Positionierung, Personal Branding, Selbstmarketing und Networking funktioniert. Und zwar vor allen Dingen in den herausfordernden Zeiten. Denn es nützt dir nicht viel, wenn du nur in den sogenannten ruhigen Zeiten an der Umsetzung deiner Strategie arbeiten kannst. Den zweiten Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, dass du dir einen Zeitplan machst und dir feste Zeitfenster reservierst. Und zwar das Ganze auch wieder strategisch betrachtest. Also was solltest du wann tun, damit es auf das Ziel, was du hast, entsprechend einzahlst. Also du gibst beispielsweise im Januar 2024 einen Workshop. Dann solltest du mindestens vier, besser noch acht Wochen vorher anfangen, zu diesem Workshop sichtbar zu werden. Also das Thema bekannt zu geben beispielsweise, also auf den üblichen dir bekannten Kanälen, aber eben auch drüber hinaus beispielsweise eben auf LinkedIn. Und es gibt ja regelmäßige Erscheinungstermine beispielsweise oder regelmäßige Vortragstermine, die du wunderbar in deinen Zeitplan aufnehmen kannst und gleichzeitig auch in deinen Themenplan. Und das Thema Social Media oder Social Networking mit oder durch LinkedIn ist ja ein Thema, was ich ganz, ganz wichtig sehe. LinkedIn ist ein klasse Multiplikator für die eigene Sichtbarkeit, für das Netzwerk, fürs Networking, für den Auf- und Ausbau des eigenen Netzwerks. Aber LinkedIn kann ganz klar natürlich auch ein Zeitfresser sein. Und Tipps für ein zeitfokussiertes Networking mit LinkedIn habe ich bereits in der Folge 169 mit dir geteilt oder in diesem Podcast geteilt. Wenn das ein Thema ist, von dem du sagst, Mensch, das ist eine Herausforderung für mich, dann hör dir sehr, sehr gerne die Folge 169 an. Was ich zum Zeitplan auch noch mitgeben will, ist das Thema Themenplan. Also nicht nur sich einen Zeitplan zu machen, sondern in den Zeitplan idealerweise auch die Themen direkt mit aufzunehmen. Besonders wenn du eben weißt, dass du zu einem bestimmten Datum eben ein bestimmtes Thema platzieren willst. Das ist das eine. Und zum anderen auch immer schauen, wie kann ich die Inhalte, die ich ja eh erstelle, beispielsweise für die Kanzlei-Webseite oder wenn ich jetzt einen Beitrag veröffentliche, für das Beitrags- oder das Zeitschriften-Artikel-Summary, wie kann ich die eben noch mehrfach verwenden? Oder wie kann ich eben meinen Workshop sichtbar machen, vor dem Workshop und idealerweise auch noch danach? Also das Thema Zeitplan und Themenplan und da eben für sich eine feste Struktur zu finden, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist also mein Tipp Nummer zwei. Und der Tipp Nummer drei lautet, nur damit nach außen zu gehen, was du auch tatsächlich durchhalten kannst, also was du einhalten kannst und natürlich auch immer wieder das Ganze zu überprüfen. Also was meine ich damit lieber mit weniger anfangen? Das ist das, was ich meinen Kundinnen immer empfehle. Also erst mal einmal im Monat einen Beitrag zu teilen, beispielsweise auf LinkedIn oder zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einmal im Jahr eine Veröffentlichung vor und wenn ich für mich so ein bisschen einschätzen kann, was ist das für ein Zeitaufwand, und was kostet mich das an Energie? Was kostet mich das gegebenenfalls monetär, wenn ich mich dabei unterstützen lasse? Dann kannst du sozusagen die Durchschlagskraft nach oben fahren. Dann kannst du also mehr machen. Also das finde ich ganz wichtig. Also setze dich da nicht unnötig unter Druck, denn das frustriert und es enttäuscht auch das Netzwerk. Und das kann ich aus eigener Erfahrung so sagen. Also ich habe auch für mich Routinen gefunden, und zwar Zeitroutinen wie auch Themenroutinen, um eben das, was ich darüber hinaus noch für meine Sichtbarkeit vorzubereiten habe, damit es eben auch für mich machbar ist. Und das führt eben bei mir dazu, dass ich also meine LinkedIn-Beiträge reduziert habe, und zwar schon im Frühjahr 2022, also jetzt schon ein gutes Jahr. Und ich mache das jetzt nur noch dreimal in der Woche. Vorher habe ich das jeden Tag gemacht. Und ich reflektiere immer wieder und gucke, wo kann ich Dinge, die ich eh schon tue, mehrfach nutzen, und wo kann ich eben für mich Routinen schaffen. Und das führt eben bei mir dazu, dass am Montag, nachdem die Podcast-Folge erschienen ist, eben auf LinkedIn ein Beitrag dazu kommt, oder dass ich den Montag auch mit den Events besetzt habe, sodass ich jetzt dafür nicht noch einen zusätzlichen Beitrag vorbereiten muss. Und dann zum Schluss, das finde ich auch immer ganz wichtig zu schauen, funktioniert die Strategie für dich? Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, perfect is too late, das habe ich ja bereits gesagt. Und dann geht es einfach darum, anzufangen, zu optimieren, zu korrigieren, nachzubessern, und eben immer weiter im Tun zu bleiben. Und wenn du jetzt das für dich verstanden hast, wenn du sagst, ja, ich würde das gerne für mich angehen, ich würde gerne in meinem Netzwerk, wie darüber hinaus, mit meiner Expertise sichtbarer werden, ich möchte meine Bekanntheit erweitern, ich möchte meine Reichweite vergrößern, dann kann ich jetzt schon sagen, dann herzlich willkommen zum nächsten Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamp. Das Bootcamp ist mein zwölfwöchiges Gruppenprogramm, wo ich exklusiv Juristinnen dabei unterstütze, ihre Expertise sichtbar zu machen, und zwar durch Personal Branding, durch Selbstmarketing und durch Networking, um eben dann von der Sichtbarkeit der eigenen Expertise im Arbeitsumfeld darüber hinaus und eben im Netzwerk wie im Netz zu profitieren, wenn es darum geht, den nächsten Karriere- oder Business-Schritt anzugehen und auch zu erreichen. Also wenn das für dich interessant ist, wir starten wieder Mitte Februar 2024, dann trage dich jetzt schon auf die Warteliste ein unter www.anja-schäfer.eu slash Bootcamp findest du die Warteliste, da kannst du dich schon eintragen und dann informiere ich dich, sobald die Türen zum Bootcamp wieder geöffnet sind. Das soweit für die heutige Folge oder in der heutigen Folge und damit zum Thema, wie du als Juristin deine Expertise und dein als Expertin im Netzwerk sichtbar werden, sein und bleiben Strategie kontinuierlich im Arbeitsalltag umsetzen kannst. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Zum einen ist es ganz wichtig, dass du für dich klar hast, warum du für dich Personal Branding, Selbstmarketing und Networking machen willst und wie du das für dich strategisch angehen kannst. Hier, das ist auch mein Umsetzungstipp für die heutige Folge, hier hol dir einfach den Karriere-Erfolgs-Fahrplan, den ich für dich erstellt habe, den Juristinnen machen Karriere-Fahrplan, da findest du alle Schritte meiner Strategie nochmal schwarz auf weiß, hol dir den kostenfrei unter www.ania-cheffer.eu slash Fahrplan. Und dann geht es darum, sich immer wieder bewusst zu machen, wie lange dauert und es dauert in der Regel schon eine Weile und was kannst du tun, um ins Tu zu kommen und dran zu bleiben, nämlich indem du deine Sichtbarkeit als Expertin genauso wichtig und dringend behandelst wie deine wichtigen und dringenden Mandanten und indem du dein Zeit- und Investitionsbudget wichtig angehst, indem du dir einen Plan machst, der realistisch und langfristig ist, indem du dir einen Zeit- und Themenplan machst, indem du dir feste Zeiten reservierst und indem du nur das nach außen bringst, was du tatsächlich einhalten kannst und natürlich immer wieder optimierst und korrigierst. Ich habe mich jedenfalls gefreut, dieses Thema heute dir zu Gehör zu bringen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wie gesagt, melde dich an für die Karriere-Power-Workshops vom 7. bis 9. November, hol dir den Karriere-Fahrplan und wenn du sagst, 2024 ist mein Jahr für das strategische Herangehens meines nächsten Karriere-Schritts, dann trage dich auf die Warteliste fürs Bootcamp ein. Ich danke, dass du hier heute dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Da geht es dann um das Thema Networking und Akquise. Denk immer daran, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast at anja minuschäffer.eu Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für deine Karriere und oder Businessziele und damit für deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst.